Gönne erfunden. Aha. Schlagt ihn. So. Hm. Brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht. Oh. Böser kleiner Stein. Geht er weg. Yeah. Oh. Da wär fast der Unfall passiert. Oh ja. Warum? Weshalb? Abgang in die Unendlichkeit unten gemacht. Also weshalb? Weil ich fast den Abgang bis die Unendlichkeit unten gemacht hatte. Bist du es? Warum? Ich bin nicht dumm. Ja, nein, 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 nein. Weil ich bin doch nicht dumm. Anders ist das jetzt so. Okay, dann. Holzfarm bringt ja so ein Spaß, du dey, du dey. Ich sag damals jetzt nix zu, du da du da dey. Hey. Der Flash ist so doof, der Flash ist ja so doof. Was sollen das wieder? Wieso? Hm, wieso bist du jetzt zu mir so? Schon wieder alle Musik? Hallo, was ist denn los hier? Stunde rumpft sich. Ja. Eine Stunde rumpft sich. Und ich hab Hunger. Wir können gleich was essen. Und in der Zeit können wir was machen. Hm, ich frag mich nur was. Was du machen kannst. Du meinst Holzfarm währenddessen? Auch das. Du kannst auch was anderes machen, was auch mit Holzfarm danach zu tun hat. Was denn? Hm, nennt sich vielleicht Mod. Ich weiß. Aber ich konnte das schnell gemacht. Und dann kann bei Essen eine Kleinigkeit. Und wenn wir dann noch Lust haben, können wir dann noch gerne weitermachen. Ja. Weil das würde mir sehr, sehr viel Spaß machen. Das glaub ich dir. Ach so. Denn ich bin wieder hier drinnen am worken. Work, 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 work. Ach und übrigens. Ich hab keine Portal-Folgen mehr. Oh. Hm. Portal ist ja auch nur eine, wenn wir Lust haben. Das ist so, wenn wir mal ein anderes Projekt dazwischendurch machen. Es ist nur für zwischendurch. Trotzdem hat das voll viel Spaß gemacht. Das weiß ich sehr sogar. Dass es viel Spaß gemacht hat. Ja. Besonders super war das, womit einmal die Verbindung weg war. Und wir alles nochmal machen durften. Ich weiß ja gar nicht. Wieso und warum? Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit so komisch? Weil wir verhindern sind. Hast du vielleicht einen Knall? Nein. Aber du. Ich? Ich? Ich hab nicht. Ich hab nicht. Du hast den Knall. Ich hab nicht mehr weit gegen Schatten. Ich weiß, dass meine Lebens-Synapsen noch da sind. Und sie ordentlich denken können. Dann. Das ist aber komisch. Dass du so behindert redest. Das mach ich vielleicht auch nicht nur, weil ich so bin. Hm. Man weiß es ja gar nicht. Aber nur gestört ist. Wer? Warum machst du denn? Ich bin nicht gestört. Ich hab vielleicht eine spaltende Persönlichkeit. Das könnte wohl wahr sein. Und eine ordentliche in der Waffe. Hab ich ja nichts. Doch, das war's gut. Das haben wir beide. Gar nichts. Das haben wir beide, ey. Gib. Mehr davon. Wovon? Äh. Fluid. Fluid-Vibes. Wieso? Jetzt muss ich mehr von diesen, äh, Beindern noch brennen. Dann kann ich das. Dann kann da hinten vielleicht schon mal Strom fließen. Ein bisschen. Du musst nur sagen, wenn du Hunger hast. Und zwar großen Hunger. Ich war ja auch Hunger. Sehr großen Hunger. Ja, ja. Bin ich noch nie das Erfolg kriegen. Bin ich auch dafür. Sehr sogar. Obwohl. So ist das ja nicht schlimm. So kann man ja immer noch so die Minuten auf 15 plus legen. Das macht ja nichts aus. Passiert bei mir sowieso. So. Puh. Okay, wenn der jetzt gerade brennt, dann brauche ich wieder Glas. Und zwar das Gechiselte. Warum hab ich's eigentlich zurückverwandelt, weiß ich auch nicht. Weil ich vielleicht einen Schatten habe. Au. Sieben Tage. Fünf Monate noch, ne? Was? Dann kennen wir uns schon vier Jahre. Oh mein Gott. Darf ich mich... Kann ich mich töten oder so? Hallo? Ich weiß. Wieso muss das sein so lange mit dem? Hallo? Keine Ahnung. Vier Jahre schon? Ach du Scheiße. So lange mache ich schon Videos mit dir? Hm. Pfff. Ähm. Ich hätte gerne jemand anders. Hallo? Würdest du Black wieder haben? Ja. Bitte. Bitte. Gib. Gib zurück. Wie geht's denn? Ich hab schon lange bei denen draufgeguckt, ob sie noch irgendwas... Ach mein Gott. So was müssen wir mal machen. Eigentlich müssen wir das mal wieder machen. Wir müssen eigentlich... Wir müssen eigentlich zum Special... Wir müssen eigentlich mal ein paar Folgen aufnehmen, wo wir uns noch ein paar Videos angucken zum Lachen. Ist richtig. Die dürfen wir nur nicht monetarisieren, sonst gibt's ecker mecker. Ich muss erst mal wieder mit meinem Monetarisieren gucken. Ich hab erstmal Freedom, muss die Nummer anschreiben. Wie das ist und das. Machen. Einfach machen. Ja, kann ich ja selbst. Ich bin ja jetzt so... Normal wieder YouTube Partner. Achso. Und das will ich halt wieder ändern. Du kommst zu mir. Ach du Scheiße. Ich will den nicht. Hallo. Hallo. Ich möchte Ablehnung. Ich kann dich glaube ich empfehlen sogar. Ich guck da mal nachher nach. Hm. Ja, ich hab aber schon mal da geschrieben, der wollte nochmal... Wegen bei Freedom im Dashboard, dass... Greens haben und bei YouTube, wo die Partnerschaft drin steht. Okay. Aber bei mir steht da nur Partner. Jetzt nicht mehr das andere noch was drunter. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir da heißt. Weil die können das ja regeln mit YouTube. Ja, klar. Bei mir steht... Moment. Ich glaube unter Kanal steht das, ne. Bei mir steht... Nee, Partner bestätigt Freedom. Hm? Bei mir steht Partner, also Haken, Partner bestätigt, ne. Freedom. Ja. Und bei mir war MN, keine Ahnung was dieses Network, ja. Da bin ich auch fast schon zwei Jahre autorisiert am 25.05.2015. Bei mir war das am 2.9.2013, glaube ich. Aber schon heftige, ne. Allein diese 25.05.2015. Yeah. Hey. 5.5.5.5.5.5.5.5.5. Und bisher noch kein Urwahlrecht und keine Community-Richtlinien. Verstöße. Bei mir alles, alles top. Ich hatte ja Strike. Aber das hat mein Netzwerk geklärt gehabt dann. Da war ich jetzt mal einiges Hin und Her, also. Hin und her. Und dann war das Strike-Wag. Weg-Wag. Tragis, wo soll ich die Insel hängen bauen? Hm. Es soll auch vielleicht eine Schwämeinsel sein. Vielleicht auch in die Luft. Ja, aber wo? Weiß ich doch nicht. Bin ich Hellseher? Müsst du Flachpfeife in Seeher, ja. So, pumpt er jetzt die Kacke rein hier? Hallo? Gib! Mach! Gib Ethanol und anderen Quatsch. Ich weiß gar nicht, was das andere ist. Ethanol und eine Piss-Plöre. Pipi-Plöre. Plant Oil. Hm, danach kommt Biodiesel. Oh, Biodiesel! Booyah! Ich bin behindert. Ich kann dir aber nicht so viel darstellen für. Hallo? Der geht's ihm. Oh mein Gott. Was machst du denn hier? Guck mal, was für die Voransteine ist. Na ja, erstmal musst du ja nur die normalen Pumpen nennen, ne? Ach ne, die anderen hast du ja schon. Was? Was für normale Pumpen? Ja, die du hier unten überverlegt hast. Die kommen weg. Da, wo da unten pumpen? Wo, für was? Die hier. Die Pips, meine ich jetzt. Ja, die sind normal verlegt. Du brauchst ja auch keine Pumpen. Für die pumpt der automatisch hier raus. Siehst du? Mhm. Macht er selber leer. Aber der hat nichts mehr. Ja, nichts. Keine Items. Ja, auch ja, keine. Aber er hat schon wieder runtergepresst. Redstone Pail Pass hat noch nicht mal eine richtige Texte. Ja, hab ich doch kein gesagt. Weiß ich doch. Ich vermute mal ein bisschen Baggy. Wenn's hört. Hm? Das ist gar nicht ein bisschen Baggy nur. Oder einfach nur kein Texte im Pack. Hast du ein Bett mit? Mhm. Du Sack. Du Sack, Sack. Weck. Weck. Du musst grad wegnehmen, oder? Ne, ich muss sowieso noch was holen. Ich muss was organisieren. Organisieren? Ne. Was kostet das denn? Oh, das ist aber teuer. Das ist ja auch teuer. Teuer, 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 teuer. Ah. Ne, ne. Teuer, teuer, teuer. Warte. Kate Stone Block. Ist keine Schwächer-Version. Ja, ich reiß das nicht auseinander. Das macht nur... Das ist... Das ist Kunst. Kunst? Kunst. Gib. Ich brauch Eisen. Gib. Ich brauch... Corvillstone. Gib. Weck, 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 weck. Kannst du eigentlich noch laden, jetzt zack. Ich brauch Holz und Whetstone und ditt und ditt. Und schon teuer genug. Auch da hab ich die immer noch. Okay, dafür warum du das, das und das. Und zwei Stunden voll. Ich sag's noch. Mhm. Ich werd jetzt aber noch eine Sache bauen. Und dafür brauchen wir halt auch Enderperlen. Meine Fresse. Für was? Ja, für die Conduits. Mhm. Ja, damit das... Nee, ist auch scheiße teuer. Ja, das ist etwas. Burn, Motherfucker, burn, burn, Motherfucker, burn, Motherfucker, burn, burn. Gib. Gib, gib, gib. Ich brauch mehr. Mehr, her damit. Hallo. Do your job. Wenn I want was von you. Do it. Gib die Items. Das. Krass. Zeig der Emporeses ab. Kann man auf den jetzt gucken. Deckwick-Steel. Oh, ein erst. Fuck. Wir wissen ja, dass das nicht grad billig ist. Nö, deswegen ist ja auch richtig so. Naja. Das kann doch lustig werden. Das kann doch lustig werden. Was ist der andere Mod? Der generell alles schwerer gemacht hat, alles teurer. Er war auf jeden Fall bei da ja wohl frei. Nicht den Namen, die so weiß ich. Weißt du noch, Gott nicht mehr. Der hätte alles. Der hätte er immer noch geführt. Weiß ich nicht. Aber der macht alles super teuer. Mhm. War der bei Dyerwolf mit bei? Weiß das nicht. Auf jeden Fall bei... Ähm... B2B ist... ... wirklich nicht. Ähm... B-b-b-b... Nein, der played Jason Chicken Core Core Computer Curve. Nein. Forge Gun... Nein, 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 nein. Industriere Craft... Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Psycho Doom... Soul Shards... Red Power World Curve. Power Crystals... Nein. Omni... Nein. Netop... Mystic... Emodular Powers... Nö, ist es nicht bei Ultimate. Forge... Nein. Flat Bedrock... Factorization... Nö. Wieso nicht? Ähm... Light... Dark Cloud 9... Dyerwolf 20... Weißen... Wo könnte der denn bei sein? Vielleicht wird Cloud 9... Der hat so einen komischen... ...en komischen Namen. Ja, irgendwie so ein komischer. Aber wenn man nicht... Wenn man nicht auf den Namen... Oder keinen Anfangsbuchstab... Dann kommt man da schlecht drauf. Getransed... Chiseled... Chicken Core... Dance... Gregtag. Genau, Gregtag. Gregtag war da. Ich hab grad auch geguckt... Was? 6? Hetzte Version... 6 und 0... 3... ...2... ...7... ...7... ...10... Boah... Aber Gregtag noch rein... Weiß er nicht? Puh... Holy fuckamoli... Quackamoli... Du weißt auch... Umso länger läuft das? Mir ist das egal... Wenn er läuft. Ich mein... Umso länger läuft das Projekt. Ja, aber ich sag's... Wie lang ist... Wie lang ist die Lauf mit auf dem Server? Wieso nicht? Dann hab ich absolut nix dagegen. Wo hast du rumgejammertet? Hm? Wo hast du deswegen gemeckert? Damals hab ich da immer drüber gemeckert, weil das einfach ein Wichs-Mod ist. Aber mittlerweile hat man das Verständnis dafür, wie man einfach ausrasten kann. Ja... Das haben wir für ja. Warum mir? Immer... Ich die Schulter... Oder wenn... Wenn was ist dann... Wenn was ist dann wieder mal schien... Oh, Flash hat schon wieder mal schien. Boop! Puh... Ich kann nix dafür. Oh mein Gott. Gaffst du links dafür. Wenn Maschinen da sind, dann... ...brennt mein Gehirn so... Da ist so... Weiß ich auch nicht. So. Aber dann würde ich erst mal sagen. Der Händen-WGD-Aufnahme, ne? Warte, ich lauf noch schnell dahin. Ich muss noch was anschließen. Ja. Ja. Das war mal du grad gewünscht, aber... Hi. Hallo. Ähm, ähm... Ich glaube, ich muss das so anschließen. Weil gefunden hab ich den zum Donut auf jeden Fall schon. Okay, er gibt... Er gibt schon mal Strom ab. Der anderen Schädel gibt auch. Ja. 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 Ich hör's. Warte mal. Options... Downs. Boah, guck dir mal, wie viel Strom der macht! 560er F. Macht der das mal ohne? Mal ohne... Ohne... Arbeitet er? The fuck? Oh, wieder leiser, Leute. Sorry, ich muss ein bisschen rumspielen. Ich... Das Ding ist gar nicht voll, ne? Ja. Kann sich doch... Nein, kannst nix machen. Ne? Schade. Ist gleich voll. Wird die Nebel hier jetzt abgebaut, oder was? Mhm. Hm? Mhm. Warum das? Ähm... Ja, damit der hinten dran ist. Was ist denn? Voll. Mhm. Scheiße. Übertreib mal. Extrakt. Ja, Bruder, wir haben ja schon mal Strom, ne? Strom? Das Ding ist ne brutale Höllenmaschine. Alter, es war... War uns schon vorher klar, dass das Ding ordentlich arbeitet, wenn das... Alter, weißt du, wie teuer das war? Teuer? Das war arschteuer. Das hat, glaub ich... Weiß. ...nen ganzen... Weiß ich, wie vieles Stacks... Stahl gekostet. Das ist ja schon ohne Gregtag teuer. Geil, ich hab die Höllenmaschine jetzt schon. Ja. Gut. Dann würden wir sagen... Lenden wir jetzt mal die Aufnahme. Ja. Fressen wir jetzt mal was? Auf jeden Fall, ich hab Hunger. Machen wir... Ein kleines Bäuschen. Ein kleines Bäuschen. Und ich hoffe mal, das wird teuer. Ja, und dann sehen wir uns später wieder, Leute. Tschüss.